Hallöchen und willkommen zurück zu Warframe. Mit mir Taladir und mit Erpine. Schönen guten Tag. Grüß euch. So, wir haben jetzt die Aufgabe hier irgendwas zu sabotieren. Und... Ja, läuft gut. Also hier ist oben irgendwas angezeigt. Schauen wir doch mal nach. Okay. Hat niemand gesehen, dass ich da rumgeslidet bin. Ah. Oh oh. Wir haben uns schon entdeckt. Achso, weil du vorgerannt bist. Ich dachte schon, das war meine Schuld. Logisch. Okay, vor allem die Feuer gibt es nicht, sonst hätten wir uns gerade gegenseitig zerschnitzelt. Uiuiuiui. Also ich bin... Ich komme noch nicht so ganz mit der... mit der komischen Steuerung. Hier klar, was dieses Sprinten und Hüpfen und Dingsen angeht. Wenn man das hält, müsste ich jetzt da klettern können. Aber er kann auch nicht auf jeder Wand und nicht beliebig hoch. Weit rennen und so. Das ist alles noch so ein bisschen... Alles kaputt. Ja. Aber die haben ja noch... Alarm haben sie ja noch keinen ausgelöst, ne? Doch, der Typ hatte gerade... Der war gerade kurz davor sowas. Der stand hier schon dann im Apparello dran. Ja, ja, ja. Aber es ist noch nicht aktiviert. Glaube nicht, mein. Na dann. Ist ja noch nichts passiert. Loot. Wow. Boah. Schreck mich mal. Ja, guck. Da geht der looten, bevor er hier die Gegner alle niedermacht. Ja, dafür kann ich ja nichts. Wenn ich hier erstmal looten muss. Jetzt haben sie Loot. Jetzt haben sie Loot ausgelöst, ja. Gott. Ach, Quatsch. Das machen wir gleich wieder richtig. Du bist der Luder, ich bin der Hacker. Du bist ein Luder. Ich bin Luder. Headshot. Ich weiß gar nicht, ob es hier Headshots gibt oder ob das einfach nur... Da kriegst du so ein Auto-Crit oder sowas, wenn du deinen Kopf triffst oder so. Ich hab keine Ahnung. Das war einer. Das war einer. Remcam. Umfall in Ted. So, wo müssen wir... Wo müssen wir... So genau wissen wir das noch nicht. Ja, ich schieße hier grad ein paar Leute. Ich sehe keinen. Die waren auf der anderen Seite. Nee, da für einen Schrank, der offen ist. Guck dir das an. Mach den mal ganz vorsichtig auf. Kommen Credits raus. Kommen wir da runter? Oh yeah. Hallo. Da hängt er. Wie cool das aussieht. Müsste ich hier nur noch einen Gegner haben, denn der ist viel cooler. Soll ich die herlocken oder was? Nee, nee. Du gehst da dann eh drauf, das kann ich ja nicht verantworten. Mua. 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 So, jetzt dachte ich, können wir dann mitfahren. Tchou, 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 tchou. Ist das im Ernst, dass ich da drauf ballern muss, oder was? Treschle attacke. Attacke. Das war ich auch noch nicht so ganz kapiert. Hm? Ich weiß, dass ich mit Rechtsklick blocken kann und ich weiß, dass ich mich mit der ersten, äh, mit der Maustaste 1 so aufladen kann. Um dann so meine Energieangriffe zu machen. Yeah. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, haben wir überhaupt schon eine zweite Fähigkeit? Och man, ich war grad hinter dem. Und der ist mir auch gar nichts mehr. Äh, die bekommt man durch so ne komischen Karten. Also ich hab hier eine. Ich hab hier einmal... Ach so, das hat er mir ja gesagt, aber ich hab keine Ahnung wie ich die ausrüstet. Und einmal hab ich hier halt... Oder auch nicht. Ah, der ist... Fähigkeit nicht freigeschalten, na egal, das ist mir blind. Ah, okay, ich brauch die gar nicht wechseln. Wuchst du? Normaler Sprung? Special Jump. Ach so, den hab ich noch nicht, offensichtlich. Haha, no nope. Kein Double Jump. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Müssen wir noch mehr kaputt machen, oder müssen wir schon wieder raus? Ne, ne, wir müssen noch mehr kaputt machen. Wir haben jetzt noch zwei von den Minen-Aparellos. Oh nein. Oh nein. Ja eben. Toll. Dann hack mal. Nö, nö. Ich hack hier lieber auf das Auto ein. Ich kann hier die Drecksarbeit machen. Äh. Alarm ist erfolgreich hackt. The location is returning to normal security levels. We do not suspect a thing. Wie leicht gläubig die auch sind. Irgendwo hat hier wieder einer rumgeburbet. Oh yeah. Drei Lootkisten. Da können wir noch froh sein, dass da keine Waffen drin liegen. Müssen wir hier auch noch während der Mission Inventar sortieren. Dann wären wir ja gar nicht fertig. Da kommen wir hoch, oder? Oh yeah. Hast du den? Hast du das gesehen? Was für ein cooler Move. Ultra Ninja. Ja. Metzl. 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 Ja, warte, warte. Ähm. Ach, du sitzt Messer? Ok. Krügigchen. Dich auf! Ja, warte. Was? So, ich bräuchte mal ein gutes Kügelchen. Hammer gerade keins. Okay, den hat's überrascht. Wie auch immer. Du bist da in die Ecke reingezwiebelt. Und mit Zwiebeln meine ich wie gehackte Zwiebel. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Oh. Oh. Ich dachte ich konnte cool sein. Wie gesagt, ich hab's noch nicht ganz kapiert. Äh. Ich wollte doch nur einmal in meinem Leben cool sein. Guck mal, wo ich bin. Wo bist du denn? Komm, ich bin jetzt hier wieder weg. Wo bist du denn? Du wirst beschossen. Wir haben ein Problem. Jo. Nee, ich hüpfe hier an die andere Seite. Genau. Höh. Gedrückt. Okay. Das ist ja knapp. Gedrückt halten auf eine der Seiten? Hüpfe gedrückt halten. Aber wie wechsle ich dann wieder? Wow. Okay, es hat funktioniert. Aber es hat überhaupt nichts genutzt. Der hätte auch einfach außen rum laufen können. Ja. Noch nicht mal XP für. So Tony Hawk mäßig. Guck mal hier runter, ob hier irgendwas ist. Hello. 720 Headshot oder so. Ja. Na klasse. Das hat sie ja hier unten auch gebracht. Hast du ja toll gemacht, Alpine. Nein. Nicht da am Rand entlang hoch sollst du. So. Nein, nicht rückwärts weg. Und wenn es hier schon mal ein blödes Raumschiff. Wo die blöden... Sieht aus, als hätte er in Eile hierhin geparkt. So. Da müssen jetzt doch noch mehr so Sachen sein. Da schwärzt doch schon wieder jemand. Wie das aussieht. Das ist ja Wahnsinn, was sie hier für riesen Level gebaut haben. Einfach nur so für Spaß. Ja. Ich denke auf Hören schwierig... Oh, oh, oh. Psch, 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 psch. Explosiert. Da ist noch mehr. Das ist super, ja. Zumindest den ersten haben wir ja Sneaky ausgeschaltet. Ja. An, dass dahinten noch mehr stehen. Du hast es geschafft, die möglicherweise gefährliche Erkrankungen von vollständig realisiert werden. Für jetzt. den Rest der Runde kriechen. Ja. Du kriegst einen Rollstuhl. Einen Rollframe. Hier ist Nut. Hier ist Nut. Oh yeah. Wie viel fallen. Juhu, meine Gesundheit ist endlich wieder voll. Ja, dass du dich auch so oft treffen lässt. Oh, ach, hier geht's raus. Ja, ich hatte 99 statt 120. Marines inbound. Ich glaube, wir haben hier nochmal... Let's go. Bludge Glee. Bludge Glee. Nicht Alarm. Ui. Oh. Wir schießen über die Hände. Warte, 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 warte. Rennt gefälligst renn du Stück. Warte, 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 warte. Tja. Uh, Bludge. Explosion. Das heißt Explosion. Nein. Oh, mein Schwert ist ja 100. Aua. Wer ist noch her? Ich finde es total merkwürdig, dass man das Schwert mit einer anderen Taste benutzt. Ja. Ich meine, es ist schön, dass man das nicht immer ausrüsten muss, wenn man es benutzen will, aber wenn man es ausrüstet... Och, also ich habe es ganz schnell verinnerlicht. Also es war jetzt nichts, wo ich jetzt groß und so... Das liegt halt auf so einer Taste, das ist halt wirklich easy. Weißt du, dass du beschossen wirst, ja? Jaja. Ich bin hier nur um unsere Sicherheit besorgt. Äh, jaja. Was muss er denn? Ach, da steht er. Nö. Du bist schon wieder an Lut vorbei gerannt. Mann, 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 das gibt's doch nicht. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Aber... Schöne Sachen sind alle runtergefallen. Ich finde die Pistole ziemlich cool. Die Pistole. Ja, die hat leider noch nicht genügend Bums, finde ich. Weiß nicht, ob du die hast, du die schon mal ein bisschen aufgelevelt? Wahrscheinlich schon. Ja, ja, meine ist jetzt Level 5 und die rumst schon ganz nett. Glaube ich. Also irgendwie so ein Crit mit 102 ist schon nicht zu verachten. So, das ist hier gesperrt. Schade drum. Na toll. Hallo. So, wo geht's hier weiter? Da unten? Nein, du hast was vergessen. Das leuchtet doch. Wie kannst du denn sowas nicht sehen? Leuchtet gar nicht. Das ist einfach nur so ein grünes Ding vor grünem Hintergrund. Ja, aber du musst doch irgendwann auch mal einen neuen Frame haben, oder? Wenn du möchtest. Ja, dann gibt's... Den kann man sich ja hier kaufen. Ach, warum Geld ausgeben? Geld gibt man denn eher für Skins aus? Zeit ist Geld, mein Freund. Ja, ja, pfff. Ist jetzt nicht so, dass YouTube jetzt irgendwie dein Job ist. Warframe ist mein Job. Ah, aber das Level kenn ich. Das ist Level Recycling. Iii, scheiß Spiel. Zwei von zehn Punkten IGN. Obwohl wir wieder bei Destiny wären. Ähm. Die werden eigentlich, die XP, die werden schon während der Runde, also während dem Schnetzel vergeben, oder? Ja, 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 ja. Oh, Pistolenmaster. Habe ich jetzt gerade bekommen. Ich muss 20... Nein! Ich muss 20 Punkten mit der Pistole rumstohlen. Kann ich dir die tatsächlich wegnehmen? Na toll. Ich werde immer schwächer durch dich. Immer schwächer. Wieso schon schwächer? Weil du hier so ein Level-3-Typen mit dir rumschleppen musst. Achso. Mit deinem Level 5. Nein, Level 6. Hier ist Extraction, oder was? Heißt das hier in dem Spiel überhaupt so? Äh, ja. Warte auf mit Spieler. Nee, ich muss ja noch gucken, ob hier Loot ist. Ja, hier ist noch was Rotes. Oh, kann ich mich einnehmen? Another Job well executed. Dankeschön. Brücke in die Lobby. Ja, liebe Freunde. Geiles Spiel. Hübsche Sache. Wir sehen uns in der nächsten Mission. In irgendeiner der nächsten wieder. Na, aber logisch doch. Bye, bye. Tschüss.